So, Ratzefatze geht voran. Was haben wir denn hier? Ja, ist schon ein bisschen eingestaubt. Wie gesagt, ich hab halt keinen... Ich mach das mal in meiner Hose. DJ Bobo Freedom. Schauen wir mal, ist die CD auch drin? Er fällt schon auseinander. Ist aber auf jeden Fall die richtige CD. Ich guck mal, ob ich das hier ein bisschen organisiert bekomme. Ist natürlich immer ein bisschen doof, wenn man in der einen Hand die scheiß Kamera hält. Aber ist auf jeden Fall die richtige CD. DJ Bobo Freedom. Ist erstes Lied Freedom, zweites Freedom, drittes Freedom, viertes Feel the Heat. Aber das hab ich noch nicht gehört. Freedom, auf jeden Fall ein guter Song. Kann ich allen weiterempfehlen. Hab ich mal geschenkt bekommen vom Herodes. Ist auf jeden Fall Qualitätsware. War, glaub ich, Flohmarkt für einen Euro, weil er Geld wechseln musste. Aber wie gesagt, DJ Bobo, bester Mann. Top-Notch-Content. GG. Ich mach ihn mal auch mit rein.